Willkommen zum letzten Video über Fließkommazahlen. Heute wollen wir uns nochmal mit IEEE 754 befassen. Und zwar hatten wir ja schon die normalisierte Darstellung behandelt. Und jetzt wollen wir noch, was wir Sonderformate nennen, behandeln. Ja, was meine ich mit Sonderformaten? Sowas wie denormalisierte Zahlen. Da kommt auch die Null vor. Unendlich und das Not-a-Number. Aber ja, es sind sehr interessante Geschichten. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, hier sehen Sie nochmal die Formate, die wir bei IEEE 802 kennen. Und zwar immer noch im Single Precision Format. Analog sind das die Double und die höheren Formate auch noch. Aber das ist jetzt erstmal Single Precision. Wir haben ja diesen Exponenten, der aus 8-Bit besteht. Und in einer normalisierten Form XS 127 Zahlen darstellt. Und jetzt interessieren uns aber eigentlich die anderen. Das, was ich jetzt mit Sonderformat bezeichnet habe. Also wenn der Exponent alle Bits 0 oder alle Bits 1 hat. Und dann haben wir genau diese vier Varianten, die uns jetzt interessieren. Das wäre jetzt nochmal das normalisierte Format. Aber das interessiert uns ja jetzt gerade nicht. Und jetzt interessiert uns als erstes mal das denormalisierte Format. Und da gibt es jetzt einige Unterschiede. Also erstmal, wir erkennen ja das denormalisierte Format an den Exponentenbits. Die sind alle 0. Und dann springt er sofort in eine andere Sichtweise. Und diese Sichtweise bedeutet, wir setzen eine 0, vor die Mantisse. Also ich zeige nochmal vorher. Da war ja 1, und dann 23 Bit. Und jetzt wird es auf 0,23 Bit gesetzt. Das ist natürlich klar. Weil wir wollen ja jetzt nicht mehr durch diese 1 Komma auf diesen hohen Wert festgelegt werden. Sondern wir wollen ja ganz, ganz viele Nullen beispielsweise in den Mantissen hinterlegen. Und dann gibt es noch eine zweite Festlegung, die durch diese Bit sofort dargestellt wird. Nämlich, dass der Exponent fest auf minus 126 gesetzt wird. Im letzten Video haben wir schon gesagt, das ist ja irgendwie ein bisschen kurios. Weil im Exzess 127 wäre ja die kleinste Zahl minus 127. Jetzt haben wir minus 126. Das müssen wir noch klären, warum das fest darauf gesetzt ist. Aber das ist jetzt erstmal so, wie wir es hier zeigen. So, wir springen jetzt direkt zu unserer Anwendung. Hier sehen wir Exponent, alles 0 Bits. Das ist die denormalisierte Darstellung. Und jetzt haben wir eben schon auch diesen einen Sonderfall. Nämlich, wenn die Mantisse auch aus lauter Nullen besteht, dann haben wir die 0. Und ich habe ja schon gesagt, die 0 und der denormalisierte Bereich ist im Grunde genommen das Gleiche. Also wenn wir jetzt mal was anderes machen wie die 0. Nehmen wir mal hier zum Beispiel 0,1. Dann haben wir eine denormalisierte Zahl. Hier sehen Sie zum Beispiel 5,8 mal 10 hoch minus 39 wäre der Wert, der dabei rauskommt. Und man sieht jetzt auch sofort, dass die 0, an dieser Stelle ergänzt wird. Die wird ja nicht gespeichert. Das ist nochmal ganz wichtig, das hervorzuheben. Nur die 23-Mantissen-Bits. Und wenn man jetzt damit rechnet, muss natürlich der Prozessor wissen, ergänze ich eine 0, oder eine 1, und das erkennt er eben anhand dieser Exponenten-Bits. Was interessiert uns noch? Uns interessiert beispielsweise, was ist denn jetzt die größte und kleinste denormalisierte Zahl? So, größte Zahl ist wieder, wenn ich hier alles auf 1 setze. Das ergibt natürlich die größte und kleinste. Hier kann ich jetzt nichts mehr ändern, weil das ist ja in der denormalisierten Variante fest. Und dann ergibt sich dieser Wert. Wir wollen uns vielleicht diesen Wert nochmal etwas genauer zu Gemüte führen. Wir haben ja 0,1 und dann haben wir 23. Also insgesamt 23 Einsen mal 2 hoch minus 126. So, das ist jetzt die minus 126 ist wie gesagt fest. Die können wir jetzt nicht durch irgendeine Exzessentwicklung uns erschließen. So, was ist denn das hier? Das ist eigentlich ungefähr 1. Also, wenn man es ganz genau nehmen würde, wäre das 1 minus 2 hoch minus 23. Aber wir approximieren das mal mit 1, weil das Kleine, was wir da abziehen, das fällt eh nicht so ganz ins Gewicht. Also, das heißt, diese Zahl ist insgesamt 2 hoch minus 126. Erinnern Sie sich eigentlich noch, was die kleinste normalisierte Zahl war? Ich erinnere daran. 1,0 mal 2 hoch minus 126. Das war die kleinste normalisierte Zahl. Ich kürze es mal ab. Warum interessiert mich das jetzt gerade? Das ist ja auch das Gleiche, wie das hier ungefähr. Ja, die 1,0, das ist ja 2 hoch. Wie kamen wir nochmal auf die, hier nochmal auf die minus 126? Wir hatten ja als minimalen Exponenten, das war ja die Bitfolge, die aus lauter Nullen besteht. Und das war im Exzess 127, war das ja die minus 126. Sie erinnern sich dunkel. Das war wegen diesem Exzess 127 so. Warum war das jetzt 0,001? Das war ja, weil wir die lauter Nullen nicht nehmen durften. Und jetzt sehen Sie, dass die beiden Bereiche, nämlich der normalisierte und der denormalisierte Bereich, genau zusammenpassen. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja keine Lücke. Das hier ist ganz, also diese Zahl hier, diese hier oben, die ich meine, die ist ein ganz wenig kleiner als diese hier. Und damit passen die genau zusammen. Also das ist diese Begründung, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, für die festen 126 als festen Exponenten im denormalisierten Bereich. Ja, vielleicht müsste ich nochmal klären, was ist denn jetzt die kleinste denormalisierte Zahl größer 0? Die kleinste, also 0 ist klar. Die kleinste denormalisierte Zahl, das wäre ja 0,0 und dann hätten wir 22,0 und dann eine 1. Ja, und wie gesagt, das hier ist fest. Ja, und das ist ja 2 hoch minus 23 mal 2 hoch minus 26. Ja, was ist das? 2 hoch minus 149. Das ist die kleinste. Schauen wir uns das mal auf dem Rechner an. Ich setze mal hier alles auf 0 und dann mache ich hier hinten noch die 1 und dann haben wir, das ist jetzt natürlich in der Dezimalschreibweise dargestellt, aber das entspricht dem 2 hoch minus 149. Das ist die kleinste darstellbare Zahl und das ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr kleine Zahl. Das ist, also man kommt weiter nach unten, als man nachher bei dem Maximum weit nach oben kommt. Und da kann man ja nur bis 10 hoch, 38, sie erinnern sich, dunkeln. So, was bleibt jetzt noch übrig. Die 0, haben wir ja gesagt, ist ja sowas ähnlich wie denormalisiert. Es bleibt jetzt noch not a number und infinite plus minus übrig. Ja, wir fangen mal mit infinite an. Also das ist plus, minus und ähnlich. Das ist eine sehr kuriose Geschichte. Also als Gedankenexperiment. Wir schreiben ein Programm, was irgendwann mal ausrechnet, 1 durch 2 hoch minus 149. So, warum kann ich das überhaupt in einem Programm schreiben? Weil wir haben ja eben festgestellt, dass wir in der denormalisierten Darstellung so tief nach unten kämen. Also könnte ich ja ruhig diese beiden Zahlen mal durcheinander teilen. Jetzt würde das der mathematische Prozessor aus, oder der CPU würde das ausrechnen. Da würde ja sowas hier rauskommen. Und wenn man das jetzt mal ins 10er-System umrechnet, dann kommt da raus, das ist ungefähr 7,1 mal 10 hoch plus 44. Das kann ich nicht mehr darstellen. Nicht mit Single Position. Nehmen wir mal an, ich würde das jetzt auf Float casten. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Jetzt sagt der mathematische Korpus, oder die Floating Point Unit sagt, naja, das ist wohl eine sehr große Zahl. Die ist größer als das, was ich darstellen kann. Dann macht es einfach unendlich draus. Und das ist natürlich, aus der Sicht der Mathematik, ist das natürlich nicht richtig. Unendlich kann man nicht irgendwie als Ergebnis einer Rechnung rausbekommen. Aber es ist nützlich, weil es soll eigentlich nur darstellen, dass da eine sehr große Zahl dahinter ist. Und das, jetzt kann man mit diesem endlich kann man ein Stück weit rechnen. Also erstmal vielleicht, wann kommt unendlich raus, ne? Wenn ich zum Beispiel 1 durch eine sehr kleine Zahl habe. Ich schreibe mal sehr klein, Sie wissen, wie ich es meine. Das wird so unendlich. Ich kann auch sogar eine negative Zahl durch eine sehr kleine nehmen. dann kommt wirklich Minus unendlich raus. Das ist auch irgendwie eine sinnvolle Geschichte. Was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel sagen, 1 durch, ich schreibe mal unendlich hin. Ja, das kann man so ausrechnen lassen. Da kommt 0 raus. Also die Mathematiker würden sich jetzt irgendwie ein bisschen wundern, aber es ist irgendwie auch sinnvoll. Man könnte auch sagen, naja, es ist eigentlich eine sehr kleine Zahl, die da rauskommt. Und das kann ich auch mit einer 0 simulisieren. Und genauso kann ich zum Beispiel Minus 1 durch unendlich machen. Da kommt Minus 0 raus. Ja, also spätestens bei dem Minus 0 wird es irgendwie echt kurios. Das kann man noch machen. Man kann unendlich mit unendlich multiplizieren in einem Programm und da kommt wirklich plus unendlich raus. Wir haben also einen Wert unendlich, der durch eine gewisse Bitfolge signalisiert ist und den kann man in eine Variable speichern mit so einem Fließkommadatentyp. Und da kann man ein Stück weit rechnen und man kann es auch vergleichen. Es gilt nämlich einfach, dass jedes Unendlich oder das Unendlich ist größer als eine normalisierte Fließkommazahl und die sind natürlich größer als die denormalisierten Fließkommazahlen, die wiederum größer als 0 sind. Und jetzt kann man das auf dem negativen Bereich fortführen. Das ist also kleiner als die negativen denormalisierten und die sind größer als die negativen normalisierten und die sind größer als minus unendlich. Also, damit kann man auch Vergleiche machen. Also, Sie können in Ihrem Programm in so einem IF kann man ja irgendwie vergleichen. X größer 0 ist ja so ein Vergleich. Und da würde zum Beispiel rauskommen, wenn in X ein unendlich ist, größer 0, dann würde die Bedingung zu 2 ausgewertet werden. Oder unendlich ist größer als minus unendlich oder 5 ist kleiner als unendlich und, und, und. Sie können sich vorstellen, wie man das einsetzen kann. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Also, Sie können zum Beispiel, wenn Sie ein Programm haben und Sie suchen das Minimum und Sie wollen, dass das erste sofort als Minimum gewertet ist, dann setzen Sie zum Beispiel so ein Fließkommavariable erstmal auf plus unendlich. Und dann wissen Sie ganz genau, jede ähnliche Zahl ist kleiner und kann damit die Bedingung erfüllen. Das letzte Sonderformat ist not a number. Wie infinite bestehen alle Exponenten aus 1, nur dass man jetzt die Mantisse aus irgendwas anderes darstellen kann wie lauter Nullen. Das heißt, es gibt also ganz, ganz viele Varianten not a number darzustellen. Das ist aber von der Auswirkung alle identisch. Das ist der Unterschied zwischen infinite und not a number. So, was ist not a number? Das ist ja erstmal ein Widerspruch in sich. Also, ich speichere in einer Fließkommavariablen eine Zahl, die keine Zahl ist. So, was ist denn damit gemeint? Die Idee ist, dass man die Ergebnisse von mathematischen Funktionen, für die diese Eingabe gar nicht erklärt ist, dass die das Ergebnis not a number zurückgeben. Also, mal ganz konkret, wenn ich zum Beispiel Wurzel aus minus 1 ausrechnen möchte, also ich habe eine Library-Funktion Square Root beispielsweise, die soll das ausrechnen, dann wissen wir ja, wenn wir keine komplexen Zahlen haben, dann ist das Ergebnis nicht erklärt, weil wir überhaupt gar keine negativen Zahlen unter der Wurzel haben dürfen. und dann gibt die Funktion not a number zurück. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn wir Arcus Sinus nehmen von 2. Der Sinus ergibt ja Werte zwischen minus 1 und 1 zurück, also die Umkehrung muss natürlich dann auch von minus 1 bis 1 Werte entgegennehmen. Und wenn ich das ausrechne, dann würde man not a number zurückgeben. als letztes Beispiel unendlich, das können wir ja jetzt speichern, geteilt durch unendlich. Also auch hier würden die Mathematiker am Rad drehen, aber das kann man ja rechnen, wenn wir Fließkommazahlen haben, aber jetzt wissen wir, dass wenn man irgendwas durch unendlich teilt, was endlich wäre, dann kommt da 0 raus. Das haben wir ja schon geklärt. Aber wenn ich unendlich selbst nehme, dann ist kein Wert irgendwie sinnvoll. und dann würde typischerweise unsere Laufzeitumgebung auch not a number zurückgeben. Wenn ich einer Variable diesen Wert not a number zuweise, dann muss ich ihn ja auch in Vergleichen verwenden können. Also ich habe ja vielleicht in meinem Programm sowas wie if x größer y, dann soll er irgendwas machen. Das heißt, diese Bedienung muss ja zu irgendeinem Wahrheitswert ausgewertet werden, unabhängig davon, ob da vielleicht in x oder y not a number ist. Und deswegen kann man tatsächlich not a number auch vergleichen, allerdings mit kuriosen Effekten. Also zum Beispiel könnte man fragen, was ist denn not a number größer 0? Was ist das denn so? Und jetzt ergibt sich bei not a number, dass es immer weder größer noch kleiner ist als eine echte Zahl. Also wenn ich frage, ist not a number größer als 0? Dann muss es zu false ausgewertet werden, aber auch wenn ich not a number kleiner als 0 frage. Und das ist kurios, weil in der Mathematik kann das ja nicht beides falsch sein. Aber bei not a number ist es eben so, weil not a number so eine kuriose Zahl ist. Ich könnte auch fragen, ist eigentlich not a number identisch mit not a number vom Wert her? Man würde erwarten, dass wenn auf beiden Seiten des Vergleichs die gleiche Konstante steht, dass dann immer true rauskommen muss. Auch hier verhält sich not a number sehr kurios und konsistenterweise allerdings ist es immer ungleich mit sich selber. Das ist also der erste Wert, der erste Vergleich, wo mal true rauskommt. bleibt vielleicht noch zu klären, was ist denn not a number größer not a number für einen Wahrheitswert und da ist es false und auch bei kleiner ist es false. Auch das ist vielleicht verwirrend, aber konsistent, man kann eigentlich sagen, not a number ist im Vergleich zu allen anderen Konstanten immer falsch, außer man testet auf Ungleichheit. das mag nicht immer konsistent so in den Laufzeit-Systemen implementiert sein. Ich habe das jetzt mal bei Java getestet, da kommen diese Wahrheitswerte raus. Man könnte sich auch andere Wahrheitswerte überlegen. Es bleibt aber unterm Strich, dass es immer verwirrend ist und sich diese Zahl not a number im Gegensatz zu unendlich sehr eigenartig verhält, was Größenvergleiche betrifft. Deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen. Im Umkehrschluss sollten Sie mal irgendwann ein Programm entwickeln, wo absolut unplausible Größenvergleiche rauskommen. Es kann nicht gleichzeitig größer als 0 falsch sein und kleiner als 0 falsch sein, es sei denn, es ist 0. Aber ich könnte zum Beispiel auch das hier schreiben, dann würde das gleiche rauskommen. Das kann also so nicht sein. Also wenn so etwas absolut unplausibles rauskommt, dann ist das ein Indiz dafür, dass Sie sich vielleicht aus Versehen not a number als Konstante eingehandelt haben, ohne es zu bemerken. Not a number ist schon eine sehr smarte Einrichtung, weil Sie können immer ein Funktionsergebnis zurückbekommen und können das in einer Variable speichern. Das Problem ist natürlich, dass Sie nicht unbedingt erwarten, dass Sie not a number bekommen. Und man kann mit not a number kann man jetzt weiterrechnen. Also not a number mal 5 ist not a number. Not a number plus not a number ist not a number. Das wird eine ganz dramatische Gefahr, wenn Sie also ein mathematisches Verfahren implementiert haben, was über mehrere Funktionsaufrufe geht, vielleicht auch irgendwie stundenlang rechnet und Sie kriegen am Ende not a number raus und es wurde nie ein Fehler gemeldet. Dann wissen Sie gar nicht, wo das passiert ist. Das heißt, eigentlich wäre es günstiger, wenn Ihr Programm zum Beispiel bei Berechnung von Wurzel minus 1 mit einem Fehler abbricht, also nicht das ganze Programm, vielleicht nur die Funktion mit einer Exception, dann wüssten Sie an dieser Stelle, dass Ihr Programm eine falsche Annahme hat. Das ist also die große Gefahr. Viele Laufzeitsysteme rechnen aber einfach weiter und man wundert sich dann als Entwickler, dass am Ende des Tages not a number ausgerechnet wird. Ja, das ist jetzt das Ende dieser kleinen Reihe über Fließkommazahlen. Wir haben angefangen von den Schulbuchformaten mit der Normalisierung, die dort gemacht wird, über denormalisierte Darstellung, bis hin zu IEEE mit seinen Spezialformaten die wesentlichen Inhalte über Fließkommazahlen behandelt. Ich hoffe, Sie fanden es hilfreich und erhellend.